Moin zusammen, wenn du gerade mit Kickboxen angefangen hast und vielleicht dich selber mal fragst, okay, was erwartet mich jetzt eigentlich, wie teile ich mir das am besten ein im Training, was für ein Equipment brauche ich, dann bist du jetzt bei mir hier genau richtig. Ich erkläre dir alles mal ganz kurz, wie das so sich verhält. Was brauchst du eigentlich als erstes, wenn du Kickboxen trainierst, starten möchtest und dann habe ich hier auch die Sachen schön dabei. Du brauchst einmal Bandagen und Boxhandschuhe. Das ist so das typische Paket. Die Bandagen sind 2,5 Meter lang und es gibt natürlich verschiedene Wickeltechniken. Wir haben auch ein Video extra gemacht für Bandagenwickeln. Ich erkläre das jetzt nicht nochmal. Nur warum überhaupt. Einmal um das Handgelenk zu stabilisieren und einmal hier um die Mittelknochen zu fixieren und auch zu stabilisieren. Das gibt dann hier so einen dicken Knubbel auch. Insgesamt sieht alles ein bisschen dicker und damit gehst du später dann in die Boxhandschuhe rein. Also wenn du sagst, hey, Boxhandschuhe, ich habe viel zu viel Platz. Achtung, da kommen hier noch die Hand und die Bandagen rein. Dann wird das alles viel fester, wenn man das zusammenzieht. Also dein erstes Paket sind erstmal Boxhandschuhe und eben auch Bandagen. Gibt es bei uns im Club ohne Ende, kannst du alle anprobieren. Komm einfach vorbei und teste. Nächste Frage, wie oft sollte ich eigentlich in der Woche trainieren? Ich sag jetzt mal, zweimal wäre gut, dreimal wäre besser. Der Körper vergisst ungefähr so alle drei Tage den Trainingseffekt. Und von daher, versuch zweimal die Woche zum Training zu gehen. Auf jeden Fall, wenn du kannst, dreimal sogar. Was für ein Training erwartet dich bei uns? Einmal das normale Gruppentraining und natürlich auch Einzelstunden. Klar, meine Empfehlung ist, geh erstmal zum Gruppentraining. Schau erstmal, wie kommst du zurecht? Welche Fragen hast du? Kommst du gut weiter, nicht gut weiter? Und wenn du dann nach dreimal ungefähr merkst, oh, ich habe eigentlich viele Fragen, ich komme auch nicht so schnell weiter, dann würde ich mal eine Privatstunde buchen mit einem Trainer. Das beschleunigt dich um die ganze zehn Gruppentrainingsanheiten und dann hast du einen extrem hohen Mehrgewinn. Ja, und wenn du dich jetzt auch fragst, wie fit wird man eigentlich, wie schnell werde ich fit mit Kickboxen? Dann würde ich jetzt einfach mal so antworten, einen Monat. Vorausgesetzt, du kommst zwei bis dreimal die Woche zum Training. Vorausgesetzt, du ernährst dich gut. Ernährung ist jetzt ein anderes Thema, aber wir bleiben erstmal so dabei. Ich sage, in einem Monat wirst du auf jeden Fall doppelt so fit sein wie vorher, wenn nicht sogar mehr. Der Trainingseffekt steigert sich in den ersten drei Monaten enorm. Dann gibt es eine kleine Stagnierung, aber da reden wir später mal drüber. Das kannst du auch dann beim Privattraining einfach den Trainer mal fragen, wie komme ich jetzt weiter? Aber die schnellste Steigungen hast du schon im ersten Monat. Kraft, Kondition, Koordination, wie gesagt, regelmäßiges Training. Alle drei Tage vergisst dein Körper das, also zwei bis drei Wochen zum Training gehen. Ja, das war es gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, bleibt dran. Jeden Freitag gibt es ein neues Video hier auf dem Kanal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.